ein sonniges willkommen zu einer weiteren runde the journey down chapter 2 natürlich mit mir auch im sunny so ich muss zugeben ich habe jetzt an der stelle tatsächlich etwas gemacht was ich nicht gerne mache ich habe mal eine lösung geguckt nur soweit dass ich jetzt hoffe dass ich dann wieder weiter komme darin habe ich jetzt zwei sachen gefunden die eine ist dass hier oben antenne ist und die ich mir angucken soll das war alles das ist eine antenne das überrascht uns jetzt nicht wirklich weil wir wissen dass hier ein radio ist die das hat uns nichts weitergebracht ich dachte weil da in der komplett losstand wir sollen uns das angucken aber vielleicht können wir das mal später als gedanken benutzen was da eine antenne ist vielleicht müssen wir sie irgendwann mal kaputt machen das andere ist und das ist tatsächlich etwas worauf ich nicht gekommen bin wir haben uns ja mit ihm über den polizeibericht unterhalten und darüber woher wir den kriegen können und ich bin ja auf die idee gekommen andy zu fragen an dies war aber worauf ich nicht gekommen bin ist den computer zu fragen und hier entsteht jetzt allerdings ein kleines problem jetzt muss ich mal gucken ob das eine merkwürdige übersetzung war dieser 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 komplett lösung bis dahin oder ob das tatsächlich korrekt war dann würde ich nämlich gerne mal wissen ob wir hier einen bericht finden ok befinden einen bericht in der komplett lösung statt nämlich drinnen sollte report drücken obwohl das deutsche anleitung war report fertig ganz schön hätte ich ganz schön schlimm gefunden wenn es report sein müssen aber ich bin auch auf bericht nicht gekommen weiter habe ich nicht geguckt ab jetzt wieder im freiflug und wieder blind weitermachen weil das macht mir mehr spaß auch wenn es manchmal ok immer länger dauern wird aber das gehört dazu das ist einfach diese spiele will man ja erleben und ich bin nicht mehr so jung dass ich sage nein es muss schnell gehen also ich weiß noch früher habe ich viele spiele mit komplett lösung gespielt weil ich sie zusammen mit komplett lösung gekauft habe aber heutzutage will ich das nicht mehr heute will ich das einfach nicht mehr so polizeibericht ppd nummer 4499 autor mckibu mckibu leroi verdacht auf mafiakontrolle der hafen arbeiterunion nebelfront polizeiausschuss gegründet nächster polizeibericht ppd 4500 mckibu leroi verbindung zu kriminellen im elementen zum auto cross territorium um und zu piraterie in pango kupwa hey was ist es denn so ein bisschen von hohen level korruption in connection with illegal underland expedition i bet this report is the key to finding out more about ballo and count and duro's expedition wow the plot thickens huh looks like you're onto something yeah i think this file might just help me find out what happened to my father but buana the file is classified that means it has been removed from the town hall archives there's no way i can get it for you oh it says it was written by the old chief of police leroi mckibu that is probably your best lead if you find him i bet you will find the file wow you're real smart andy i have my moments i gotta find this mckibu guy ja gut mckibu ah ah jetzt haben wir vier einträge der mckibu aus dem archiv gelöscht na klar mach es mir doch einfach okay mckibu telefonzelle gott da ist ein stück rausgerissen wesen bitte nicht ab m mckibu zumindest die missus mckibu ist hier drin äh fünf eins null acht vier zwei fünf eins neun acht vier zwei hello who's this hello madam my name is buana i'm trying to reach a leroy mckibu is this the right number yes sweet i'm calling about a police report he wrote a long time ago it's about the underland a police report yeah lady can i talk to him please talk to him if you want to talk to him you should rather call a psychic my dear leroy disappeared over ten years ago so did my father kaonandodo i believe there's some sort of connection between your husband and my father do you know if anyone wanted to see leeroy disappear leeroy used to be the police chief here in port archoo and he had many enemies he was a diligent and honest man always working late down at the station to keep the gangsters at bay but then one night he didn't return home from work did leeroy ever talk about an expedition to the underland well now that you mention it he did say he was writing a report about some sort of expedition just before he disappeared i don't know what it was about but i remember he said he had uncovered some sort of conspiracy you think he might have left a copy of the report at home oh i don't know dear i never looked through his work things the police and the power company cleared out his studies soon after leeroy disappeared the power company yes there was some gentleman here from the armando power company to help with the investigation whatever they found they must have taken with them to their office on chanel road hold on a minute the power company has an office here in port archoo oh i don't know dear the office is probably closed now that most business has moved up to saint armando this all happened a long time ago i doubt i can be of much help to you now oh no you've been very helpful miss mckigbo thank you so much not at all dear good night okay das war wow so the power company has an office right here in port archoo i bet that's where they hit the missing police report i've got to get to chanel road gut dann wissen wir jetzt auch wo wir hin wollen aber ich bin echt ganz froh dass ich nachgeguckt habe damit habe ich die eine sache halt bekommen dass ich da einfach bericht beziehungsweise report eingeben muss ich wollte zeit mit bericht erst mal probieren statt mit report hätten wir jetzt mal noch mit report probieren würde ob schlicht und ergreifend sozusagen alle sachen in der deutschen version drin sind aber ja für dich fertig fertig gut also das ist ich denke an selbst stelle war es eine gute entscheidung bevor es ja ich wäre jetzt echt ewig nicht darauf gekommen da irgendwo mal report einzugeben also mir leid oder bericht jetzt in dem fall mit dem hat es ja auch funktioniert aber der gedanken kann kam jetzt nicht mehr man hätte darauf kommen können in dem moment wo ich mit dem dem ich unterhalten habe da bin ich halt auf an die vorgekommen und nicht auf dem computer ist ja ab dem moment war es da vorbei wassup reynolds i'm geared up and ready to go rides on me ja dann hey man can you take me the chanel road no problem jack will be there in a tick had your mamas ride reynolds is back in the game that's all for ride ride reynolds next stop chanel road na dann jetzt sind die straße auf einmal leer keine damen mehr da oh oh wir werden verfolgt ich hab nicht lesen können was auf dem fang draufsteht voll gut die musik gefällt mir gut ein bisschen laut aber toll jetzt sind wir aber in einer miesen gegend mittlerweile ich hoffe er bringt uns auch wieder zurück nein nein er fährt einfach wieder ja und wir da jetzt ab und sonst oder nicht das ist gemein so this is chanel road man this place looks deserted polizei auto it's a rusty old police car the pickup truck is holding it in place there's a control panel here that needs a key i hate to break it to your mr padlock but we're going to have to amputate this has got to be the entrance to the amando power company office aw man it's locked okay maybe i can get inside through that window up there if only i could reach it somehow na gut vielleicht können wir mit dem pickup dann was machen sobald wir einen schlüssel dafür haben okay it's really dark in here man i can't see a thing da wäre ja nicht der erste stromkasten die wäre what the und so bis wir jetzt die bis an den anschlag kriegen oder genau in die mitte Ich nehme mal an, bis an den Anschlag dann. Jo. Wow. Ah, guck mal, hier. So, mal gucken, vielleicht sind das ja schon die Schlüssel für den Pick-up. Mal gucken. Okay, wir haben das Polizeiauto, das war's. Das ist ein guter Parkplatz. Was? Das bringt uns überhaupt nicht weiter? Okay. Das ist bestimmt eine gute Idee, da dann zu drehen. Oh Mann, es ist nicht genug Iron in der Smelter, um eine Gerde zu machen. Oh Mann, ich will meine eigene Gerde zu machen. Oh Mann, wo geht's denn da hin? Oh, wie... Oh Mann, wenn ich nur auf die Fenster auf der anderen Seite komme. Ah, okay, 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 okay. Lass uns wieder zurückgehen, ja. Sehr gut, dein Control Panel. Mal gucken, was dieser Button hier macht. Oh. Ja, na dann. Sollten wir jetzt genug Metall haben. Ich hoffe, in dem Auto befand sich nicht der... ...brich. Das wäre jetzt irgendwie passend. Ja, mega gut. Warum, warum habe ich immer wieder auf den Weg über schrecklichen Haltungen? Weil du es verdient hast. Du kannst es tun. 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 Ja, die Augen zu machen, während man irgendwo rüberbalanciert, ist bestimmt eine tolle Idee. Ja, die Augen zu machen, während man irgendwo rüberbalanciert, ist bestimmt eine tolle Idee. Das ist ein Zufall wieder im Bekrieg. die Augen zu haben. Ja, schau dir sowas. Das ist ein Zufall. Das ist eine Idee. Die Augen zu machen. Die Augen zu machen. Arne, du bist so, als ob ich nicht gewinnen. Du kennst, warum ich hier bin. Wo ist das Buch? Es ist in der Schraub. Und die Frau und die zwei Bafoons, ich habe dich locken. Sie sind weg. Du lassen sie weg? Ich werde sie finden, selbst wenn ich die Schraubende Stadt abstehe. Brick by Brick. Deflöte die Schraubende. Du kannst das nicht machen. Du wütend, little magot. Du glaubst, ich werde dich unternehmen, Archer? Du bist nichts, aber ein Puppet. Jetzt bleib aus meiner Weg. Oder du wirst wie ein Maka-Igob. Du wirst. 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 The Empowerer. Issue 49. 10 Pro Tips That Will Boost Your Career in the Energy Industry. Schublade. Das kann eine Weile dauern. Es macht nur Sinn, dass sie mehr Mining wollen und mehr Geld machen wollen. Das ist das Unternehmen. Aber in den Underlanden? Das ist nur fairytäles. Besides, es war nicht möglich, war es? Du musst daran erinnern, dass nachdem, durch die Mist nicht illegal war. Niemand konnte ihren Glück versuchen. Aber es gab keine Fehler. Es gab keine Fehler. Ich glaube, die Fairytäles waren fantastisch genug um Menschen zu risken, ihre Leben wieder und wieder. Deine Fehler verletzten, um das Underland zu erreichen, sind sehr interessant. Aber es ist nicht die Information, die wir suchen. Wir wollen wissen, was da jetzt passiert ist. Wir müssen diesen verletzten Polis-Report finden. Anscheinend ist die Energie, die sie produzieren, irgendwas, was sie da unten abbauen? Nein, nichts Interesse in da. Nur alte Bücher in diesem Draht. Ich muss alles durchprobieren, was nicht furchtbar ist. Hier ist ein News-Paper-Cut-Out von dem Tag Barlow und Kaunendodo zurückgekommen von der Expedition. Du meinst das Artikel von der Daily Post? Ja! Ich habe das gesehen. Wahrscheinlich war Barlow und Kaunendodo's Expedition die erste, die es von der Unterland zurückgekommen ist. Ein unglaubliches Feat, das viele, die völlig bogus sind, weil sie nicht nur eine Schraube von Proof haben, zu zeigen. Ja! 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 Das ist das, wenn sie wirklich interessant sind. um das Interesse zu kommen. Dieser ist weg. Ich habe das Gefühl, die interessanten Sachen sind alle nur in den mittleren Schubladen. Ah, hier geht es. Ein Bild über die Erstellung der großen Power-Fahrer-Expedition. Wir haben das wirklich. Auf der Seite von der Erstellung des Armando und Count Ndodo zurückgekehrt, die Armando Power-Fahrer-Expedition sofort verabschiedet hat und den Anwalt für seine eigene Arbeit. Die Investitionen war sehr groß. Es scheint, die Power-Fahrer-Fahrer-Expeditionen zu verabschieden, die größte, sehr gut vorbereiteten in der Unterlanden, der man zu sein. Die einzige, die sie nicht verkündet haben, war Count Ndodo. Was? Warum nicht? He refused. Apparently Kanendodo was actually jailed for refusing to join the operation. And later disappeared to no one knows where. Well, we know where he wound up. He wound up in Kingsport Bay and adopted me and Kito. But where did he go when he left us? This document is older than that. It doesn't say. Maybe the Armando Power Company caught up with him. I don't know. Caught up with him? You mean... I don't know, Buona. We're getting more questions here than answers. We need to find that missing police report. Okay. Und ich bin mir ziemlich sicher, den finden wir in der nächsten Folge. Denn jetzt heißt es, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Alles Gute und ciao. Euer Sunny.